Ich bin entschlossen, mit jedem hier anwesenden Mann ein paar Takte zu tanzen. Ich habe mit meinen Freundinnen gewettet, sie versuchen es auch. Und was sagen Sie dazu? Sie verlieren. Das händelt für die Frau noch nicht verloren. Unter meiner Obhut steht ein bestimmtes Objekt, das wie sie selbst auf dem Weg nach Norden ist. Würden Sie für seinen sicheren Transport an sein Ziel sorgen? Ja gut, wenn Sie wünschen. Ich habe die Ehre, Ihnen Mademoiselle Marie-Angelique Bonnet vorzustellen. Unhöflich, ignorant und ein ungehobelter Klotz. Und Sie, Madem, eine verwöhnte, starrsinnige, verstockte und egoistische junge Frau. Halten Sie Abstand, warten Sie. Das werde ich auf keinen Fall tun. Jetzt tun Sie einmal in Ihrem Leben, was man Ihnen sagt. Das werde ich auf keinen Fall tun. Untertitelung des ZDF, 2020